Himmlische Superhits auf Radio SAW David Guetta und Sia haben schon öfter zusammengearbeitet, zum Beispiel bei dem Superhit Flames aus dem Jahr 2018. Mit Let's Love haben der französische DJ und die australische Sängerin Sia mitten im Corona-Jahr 2020 ein Signal setzen wollen. Ein positives, energiegeladenes Signal der Hoffnung. Ich werde nie von deiner Seite weichen, meine Liebe. Es reicht, direkt neben dir zu stehen. Zähl auf mich, wenn du Schmerzen hast. Sprich mit mir, ich werde wieder zu dir laufen. Der Text von Let's Love ist denkbar einfach und in komplizierten Zeiten ist das vielleicht ja auch ganz erholsam. Da sind zwei, die sich gegenseitig versichern, füreinander da zu sein. That's it. Mehr braucht es doch manchmal auch gar nicht, oder? Du kannst auf mich zählen und ich kann auf dich zählen. Du tauchst auf, so wie ich, und ich werde weiterhin für dich da sein. Let's Love haben David Guetta und Sia unter Einhaltung der Corona-Auflagen getrennt aufgenommen und produziert. Guetta war auf Ibiza und hat bei Sia ganz cool angefragt, ob sie nicht zusammen mit einem glücklichen Song gegen den Trend die Welt retten wollen. Er hat die Pianoakkorde geschrieben, sie den Gesang aufgenommen. David Guetta hat das Ganze noch ein bisschen mit 80er Jahre Sintipop aufgepeppt und voila, das powervolle Ergebnis war Let's Love. Also nimm meine Hand, hab keine Angst. Auch dies wird vorübergehen, auch dies wird vorübergehen. Wir werden das alles gemeinsam durchstehen. Wir werden das alles gemeinsam durchstehen. Ich schwöre, du bist sicher, auch das wird vorübergehen. Auch das wird vorübergehen, auch das wird vorübergehen. Und wir werden das alles gemeinsam durchstehen. Wir werden das alles gemeinsam durchstehen. Let's Love, eine Pop-Hymne, die von einer Liebe singt, die stärker ist als das Coronavirus und von einer Hoffnung, die über die Zeit der Pandemie hinausreichen wird. Aus der Kirchenredaktion Oliver Weiland, Radio SRW. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF,